Wer arbeiten geht und ein krebskrankes Familienmitglied pflegen möchte, steht vor großen Aufgaben. Insbesondere muss er Arbeit und Pflege zeitlich vereinbaren. Dazu gibt es Ansprüche und Leistungen aus der Pflegeversicherung. Bei einer unerwarteten Pflegesituation in der Familie können sich Berufstätige für zehn Tage von der Arbeit befreien lassen. In dieser Zeit können sie die Pflege für den Angehörigen organisieren. Anspruch auf Gehalt für diese Zeit hat man aber nicht. Bei der sogenannten Pflegezeit können sich Beschäftigte bis zu sechs Monate von der Arbeit freistellen lassen. Allerdings ebenfalls unbezahlt. Anspruch auf diese Freistellung hat man nur, wenn die Firma mehr als 15 Beschäftigte hat. Bei der sogenannten Familienpflegezeit können Angehörige bis zu zwei Jahre gepflegt werden. Dafür wird man nicht komplett freigestellt, sondern reduziert seine Arbeitszeit. Dementsprechend hat man in dieser Zeit auch nur ein reduziertes Gehalt. Es wird ein Stück weit vom Staat aufgestockt, muss nach der Pflegezeit allerdings zurückgezahlt werden. Sie sehen, es gibt Möglichkeiten, Beruf und Pflege eines Angehörigen zeitlich zu managen. Es gibt aber Anträge, Fristen und Einschränkungen, die Angehörige berücksichtigen müssen. Wir empfehlen deshalb, sich gut zu informieren. Zum Beispiel bei den Beratungsstellen unserer Landeskrebsgesellschaft. Die Berater und Beraterinnen unterstützen neben den Betroffenen auch die Angehörigen dabei, alle Hilfen rechtzeitig in Anspruch zu nehmen und dabei auch auf das Kleingedruckte zu achten. Das gibt Orientierung in einer schwierigen Zeit. Lassen Sie sich also beraten.